mahlzeit freunde zurück am tag 14 also paar stunden haben wir noch bevor der untergang droht naja aber auch nicht mein gehatz da oben ja immer überlegt wie kriegen wir die zeit jetzt noch um ein paar manneken da oben hinstellen dauert nicht so lange da könnte man noch mal gucken ich habe da so ein interessantes gebäude gesehen ein kleines ganz ganz kleines ja wo die fps jetzt schon im keller gehen das genau das könnte nummer werden eigentlich möchte ich mich ja nur warm schießen ok ja das werden wir wohl schaffen ja komm doch mein gott habe ich gesagt da hinten das ist jetzt überall herkommen da gibt munition viele stehen denn da noch ok ja hauptsache das ganze lohnt sich hier ne immerhin schon eine gitarre guck mal besser geht doch gar nicht schon zwei pflänzchen wow viele scheiße ja ist klar mit dem nachladen sollte ich jetzt vielleicht mal ein bisschen vorsichtiger sein das beste training hier für dach 14 ja 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 wir nähern uns mal langsam quatsch Immer noch kein Scope drauf. Ja, komm doch. Oh mein Gott, da ist den einen gerade weg, da stöhnt sich schon an der anderen Ecke hier rum. Oh. Okay, noch ein Pflänzchen. Warte, wo denn jetzt? Viele Pflanzen hier drin stehen. Brauche ich nie wieder buddeln. Zack. Hm. Ja, ich meine, solange keine Dicken kommen, ne? Soll man ja alles recht sein hier? Aber irgendwas hört sich hier nicht gesund an, also. Hier haben wir plötzlich einen Springboden drin. Meister, falsche Tür. Ach, ich glaube, ich habe den in der Auge weg. Oh. Ach, komm. Oh. Auch weg. Da habe ich noch einen Loot weg. So was. Bist geschenkt. Hör auf. Dann ist da doch bestimmt was Schönes hinter, oder? Na? Gönnen wir uns mal die 7000 oder auch mehr. Könnte auch die Dreifachtür sein. Dass die anderen da nicht von aufwachen, die da noch stehen, ne? Hämmert wie so ein Wilden auf die Tür rum. Ach, ich schalte. Joach. Der Sniper habe ich nicht zufällig bei, ne? Natürlich nicht. Ja, schade. Hätte man schon mal welche wegsnipern können. Die ist auch bewusst nur mit der normalen Knarre rein, damit ich so ein bisschen Munitionsspar für die M16. Ich denke, die werden wir heute Nacht mehr brauchen. Das muss meinen Kameraden da oben ja helfen. Obwohl, eigentlich wollte ich mir einen Kaffee nehmen und mich dazusetzen, aber... Ja, okay. Ja, genau. Dreifach. Hey. Da sollte ich mir immer mal einen Kaffee mitnehmen. Wegen der Ausdauer. Christi-Tür. Wenn das jedes Stockwerk so ist. Wow. Das wäre eine Aufgabe. Ja, aber ich kotze gleich, wenn da gleich nur ein Bücherregal hinter ist. Oh, komm. Durch. Ja, fuck. Wow. Ah. Okay. Interessant. Treu unser Motto. Wegschmeißen können wir immer noch. Oh, was ist das? Glücksbrille in pink. Leider ein bisschen schwacher. Brust. Ah, einschmelzbares. Ne, Baum mit. Jetzt kann ich hier runter, oder wie? Und ich höre das schon. Da geht es noch weiter runter. Oh, ich höre die überall. Verschlossen? Verschlossen. Nö, dann nicht. Nö, nö. Dann sammle ich mir nur so ein paar Sachen ein. Ah, und Spinsamee. Hey, Freunde, da. Klopft ihr mal schön, dann muss ich das nicht machen. Oh, ich bin hier. Komm hierher. Jetzt muss mal ein bisschen Geld drin sein, hier. Oh, diese Spinnendinge habe ich jetzt aber keine Lust. Na, wir gehen mal ein Stückchen weg. So, höre ich die denn hier immer noch? Oh. Oh, du Kack, wie ich da noch bin. Hm. Ich höre nicht überall. Das ist ja nicht normal, oder? Aber wie viele kommen denn da raus? Hau ab. Was war denn jetzt fertig hier? Mein Gott. Habt ihr euch da dringend gestapelt, oder wat? Ah. Guck mal an. Hier sind die Türen offen. Oh, wie viele. Nee, komm. Nö, nö. Ja, genau. Noch mehr. Pfff. Nee. Nee, war mal schön hier, aber... Nee. Das werde ich mir noch mal jemand anders vornehmen. Nicht unbedingt am Tag 14. Dafür könnten wir uns ja den noch mal vornehmen, ne? Ich hab' ich schon gehört, das muss er gar nicht. Ja, Mist. Jetzt bin ich besser bewaffnet, ne? Ihr Kackviecher. Nicht mal der arme Kleine mit der Holzkeule hier. Ah. Wo denn? Wo? Woher machst du? Ist doch noch irgendwo einer. Komm raus, komm raus. Du hast dich aber klein gemacht, Freundchen. Boah. Und tschüss. Das hat nur so semi geklappt. Ah, das Zement nehmen wir mit. Da war doch bestimmt noch mehr. Da auch nicht. Wow. Ich bin begeistert. Wo ist denn hier noch einer? Oh. Da. Ey. Oh. Oh, schön. Ich glaube, wird es denn noch einer. Äh. Halbes Labyrinth hier. Ja, genau. Ach. 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 Da ist schon wieder der Geier. wo ist er diese metallboxen die sind auch für nix zu gebrauchen ja geh doch hoch hier ist keiner gut so kann ich den nicht öffnen da sind wir dann ja jetzt gerettet ich bin zu loot verwöhnt muss ich sagen alles nix halbes und nix ganzes hier auch nicht so das geht besser war nur noch was da ist nix drin ich bin schon wieder halb vorrat gibt es doch gar nicht ja da gehen wir nicht noch nix zu overpowered aber ich wollte ja noch mal was ausprobieren wenn wir sowas schon mal haben toll das geht jetzt nicht kaputt oder wie großes kino dann nicht ach mich wo ich mein auto hinstelle und wo kommen die hoaden fragen über fragen ich werde mich da einfach überraschen lassen auto packe ich ein aber das machen wir dann in der nächsten folge nochmal ja doch machen wir in der nächsten alles klar bis dann ciao ciao